Du brauchst so eine finanzielle Sicherheit, du brauchst einen finanziellen Teppich, eine finanzielle Basis, ganz viel Luxus, du brauchst ein Auto, du brauchst ein Haus, du brauchst einen Teppich, du brauchst eine Designer-Couch, du brauchst mindestens ein riesengroßes Urlaubshaus, du brauchst noch ein Auto und ganz viel Geld und finanzielle Sicherheit. Und ein Pool.